Natsi! Komm schon, Pikachu! Du wirst sie besiegen! Pikachu, ich werde dich jetzt holen! Du bist zurück? Willst du kämpfen? Meine Pokémon sind stärker als deine! Ich wähle Kleinstein! Mach ihn fertig, Pikachu! Du bist verhaftet! Was? Ich habe einen Haftbefehl, den ich vor fünf Minuten ausgedruckt habe! Was ist hier los? Hier ist der Beweis! Pikachu klaut Süßigkeiten! Pikachu? Das war ich nicht! Ich wurde reingelegt! Denk im Knast darüber nach, was du getan hast! Bye, Pikachu! Mal sehen, was du versteckst! Gib alle Snacks zurück! Nimm deine Nummer! Und halt still! Ich muss ein Foto machen! Was? Hey, der Blitz ist kaputt! Meine Augen! Das war's! Keine Blitze mehr! Bleib hier! Was? Oh Mann! So! Ja! Hey! Woher hast du die Chips? Ich habe sie dir doch weggenommen! Her damit! Her damit! Jetzt kannst du nicht mehr entkommen! Ich habe eine Idee! Ich hole Pikachu da raus! Gute Idee! Ich bin eine unsichtbare Katze! Und ich bin hier, um dich zu retten! Meine Kralle ist abgebrochen! Oh, das tut so weh! Du darfst sie nicht aufwecken! Komm schon, Mautzi! Du hast es gleich geschafft! Schlaf gut, meine Königin! Was ist das für ein Geruch? Bin ich das? Was? Nee! Die Milch von Mautzi ist sauer geworden! Sie hat sich in eine chemische Waffe verwandelt! Ihhh! Hier ist frische Milch! Aber wo ist Mautzi? Mautzi? Evoli! Hast du Mautzi gesehen? Oh nein! Das muss ein Fluch sein! Ständig verschwinden meine Pokémon! Hier, hörst du jetzt auf zu weinen? Du bist das einzige Pokémon, das an meiner Seite ist! Bitte verlass mich nicht! Puh! Da ist Mautzi! Da ist Mautzi! Im Knast! Neben Pikachu! Diana, das wirst du noch bereuen! Aufwachen! Hey, nicht schlafen! Hilflose Maus! Aufstehen, Mautzi! Frühstück! Frühstück? Und was gibt es? Haferbrei! Ich weiß! Guten Appetit! Meine Snacks! Kann ich einen haben? Bitte! Oh, wie süß! Hier, nimm ein paar Chips! Das wollte ich nicht! Komm, Kleinstein! Keine Chips! Ist ein Haferbrei! Ich nehm diesen Donut! Diesen nehm ich auch! Oh, ja! Du fieses Pokémon! Ich brauch deine Hilfe! Würdest du in das Gefängnis fliegen und meine Pokémon befreien? Geht klar, Phil! Geht alles schlafen! Wahnsinn! Ich brauch diese Schlüssel! Hier, Pikachu! Du kommst raus, sobald du aufwachst! Schlüssel! Schlüssel! Endlich! Freiheit! Wo willst du hin? Geh zurück und mach die Tür zu! Das war's! Und bleib da drin! Kostenloses Make-up? Das ist ja cool! Ja, wir haben heute ein besonderes Angebot! Du Glückliche! Oh, du siehst toll aus! Ich muss es sofort abwaschen! Hm, okay! Jetzt geht's weiter mit Plan B! Hey, Pikachu! Evoli! Geh zurück! Ich werd versuchen, das Schlüssel zu knacken! Das wird sie noch bereuen! Ups! Sorry, Pikachu! Wo ist sie? Der Mittagessen, Pikachu! Wie eklig! Oh, hi, Diktor! Was machst du denn hier? Das ist von Phil! Oh, Snacks! Pikachu! Pika, Pika! Wir sehen uns bald! Okay, Phil! Mittagessen! Pikachu! Ich behalte dich im Auge! Hey, Diktor! Hab dich! Nein! Was? Warum bist du zurück? Sorry! Es hat nicht geklappt! Alles klar! Die Pizza ist auf dem Weg! Pizza! Hier, das ist für dich! Ich bin am Verhungern! Das ist noch aufregender! Mauzi! Benutz das für die Gitterstäbe! Nicht für deine Nägel! Na gut! Komm schon! Ja, es klappt! Oh, nein! Was ist denn hier los? Ich nehme die Nagelfeile! So ein Fiesling! Bist du bereit für eine Inspektion? Ja, klar! Hier sind unsere Gefangenen! Hier sieht es feucht aus! Und die Zähne sind zu eng! Das ist furchtbar! Womit füttern sie ihre Insassen? Dieses Essen ist pures Gift! Sehr schlecht! Das geht gar nicht! Ich werde das alles in meinem Bericht erwähnen! Du bist gefeuert! Gib deinen Ausweis und deine Schlüssel ab! Raus hier! Ups! Alarm! Zip? Evoli? Wo wollt ihr denn hin? Betrüger! Was soll ich jetzt tun? Zio! Kann dein Pokémon mich retten? Ja, klar! Los, Pummelow! Was? Warum klappt es nicht? Ich habe Kopfhörer auf! Gut! Lasst uns eine große Party feiern! Hummelow! Ich verschwinde! Wie wär's mit süßem Honig, Fibor? Aber du schuldest mir einen Gefallen! Geh zu Diana! Super! Super! Diana? Du warst das also! Du bist verhaftet wegen Diebstahl von Süßigkeiten und Fälschung von Beweismitteln. Meine Pokémon! Ihr seid frei! Hey, Sam! Ich wähle Evoli! Wow! Evoli! Und ich wähle Mautzi! Oh, wow! Mautzi! Und ich wähle Pikachu! Hey, Pokémon? Okay! Ich wähle Kleinstein! Mach sie platt, du harte Nuss! Da können wir nicht mithalten! Komm schon, Kleinstein! Zeig sie ihm! Ich geb auf! Deine goldenen Karten gehören mir! Ich werd dir eine Lektion erteilen, du Fiesling! Pokémon! Okay, hier ist unser Siegesplan! Diana hat ein Pokémon auf Level 20! Ihr seid alle auf Level 3! Das reicht nicht aus! Hey, hört ihr mir überhaupt zu? Gebt mir die Chips! Drei von euch müssen ihr Level erhöhen, um Diana zu vernichten und meine goldenen Karten zurückzubekommen! Hab ich mich klar aufgedrückt? Arbeitet! Jetzt! Kommt schon! An die Arbeit! Trainiert! Sehr gut, Pikachu! Du schaffst das! Sehr schön! Tolle Ergebnisse! Oh nein! Sehr schlecht! Vergiss die Chips! Evoli! Schnapp dir die Hand in! Mach weiter! Ja, weiter so! Meine arme Pfote! Meine Pfote tut so weh! Tut mir so leid, Mauzi! Es war ein Unfall! Gib mir nicht die Schuld! Was machen wir jetzt? BKW! Nicht! Gute Entscheidung! BKW! Hörst du mir verzeihen, Mauzi? Gut! Ich vergebe dir! Pikachu! Er schießt Kleinstein! Bereit? Feuer! Sehr schön! Zehn von zehn! Und nochmal! Wow! Toll! Pikachu trifft immer! Nochmal! Ha! Pikachu! Du hast schon wieder Hunger, oder? Schläft der Trainer? Lasst uns eine Pizza bestellen! Mia! Mia! Mit extra Bella! Und mit einer Käsekruste! Hier ist sie! Und die Mann das? Wer Pizza bestellt? Pizza! Sie ist kalt! Echt? Dann mache ich sie eben heiß! Leute! Meine Pokémon sind die süßesten! Schlaft gut! Ich bin fertig! Ihr faulenst schon wieder? Was kann ich nur machen? Das ist so traurig! Ich bin fertig! Meine faulen Pokémon bringen mich noch um! Los an die Arbeit! Lasst uns mit dem Training beginnen! Na endlich! Na endlich! Na endlich! Tikalik! Seht ihr? Es hat geklappt! Ich bin ein genialer Coach! Mauzi! Kämpfe gegen Pikachu! Nee! Ich habe keine Lust! Komm schon! Willst du trainieren oder nicht? Lick da! Ich kämpfe gegen Pikachu! Sehr schön, Evoli! Mach schon! Heiliger Pokéball! Das ist so spannend! Auf wen wessen wir? Ich höre auf! Ich bin erledigt! Euer Level ist gestiegen! Mauzi! Du musst auch kämpfen! High five! Linke Hand auf rot! Alles klar, Mauzi! Hey! Ihr müsst jetzt trainieren! Wirklich? Wir wollen aber nicht! Was glaubt ihr, wer hier seid? Rechte Hand auf rot! Linke Hand auf blau! Nimm ein Chip! Zeit für einen Kampf! Ich bin ein Chip! Superlick! 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 Würdest du gegen meinen Pokémon kämpfen? Das ist ein Kinderspiel! Und? Heißt du schon? Level 100! Ja! Puh! Was für ein Albtraum! Pokémon! Was? Er hat uns mitten in der Nacht geweckt. Wir müssen härter trainieren. Jetzt sofort! Was hat der denn für ein Problem? Er ist wieder kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Hier, trink etwas Milch. Leck dich zu. Und wir lesen dir eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Denn nie war eine Geschichte so traurig, wie die von einem Pokémon Romeo. Träum süß! Dianna, du hast gewonnen! Sehr schön, Kleinstein. Zeig ihnen, was du drauf hast. Mach dich bereit für eine Revanche. Ich wette all meine Karten, dass du verlierst. Okay, ich setze meine ganzen Pokémon. Lass uns kämpfen. Hier sind sie. Einen starken Pokémon. Ist das dein Ernst? Kümmere dich um sie. Oh nein, steh auf! Sofort! Sehr schön, Kleinstein. Und? Hab ich gewonnen? Steh auf! Komm schon! Steh auf! Ja! Zeig denen, was du drauf hast, Kleinstein. Genau, wie wir es geübt haben. Ist das ein Musical oder was? Mach sie fertig! Wow! Du hast gewonnen! Du kannst deine Karten zurückhaben, du Schoß! Also, wer ist der Nächste? Alles klar. Was sagst du jetzt, Phil? Ha, easy. Kümmere dich um ihn, Pikachu. Mein Pokémon. Ich bin ein Profi. Versuch, diese Karte zu schlagen. Mach ihn fertig, Pikachu. Hey, das ist ungerecht. Ja, verschwindet. Wie wär's, wenn wir kämpfen, Phil? Pikachu und ich sind immer bereit. Lass uns das hinter uns bringen. Ich wähle dich, Kleinstein. Los, Kleinstein. Schlitzschlag, Pikachu. Elektroball. Das hat doch keinen Sinn. Das ist mein Pokémon. Hier ist nichts. Ja, auch nicht. Ich bin am Verhungern. Zeit, einkaufen zu gehen. Ich kauf das. Und das. Und auch das. Wahnsinn. Ein Mautzi. Du gehörst jetzt mir. Lass mich wenigstens meine Milch austrinken. Dieser Einkaufsbummel hat sich gelohnt. Ich hab ein Mautzi. Mautzi. Mautzi, geh runter von mir. Was soll's. Pokémon-Turnier. Und mein Pikachu wird dabei sein. Ich muss daran teilnehmen. Pikachu. 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 Konzentrier dich. Du musst gewinnen. Mein Pikachu. Willst du ein paar Chips? Bist du verrückt? Von jetzt an ist das mein Pokémon. Tudeloo. Du gehörst bald wieder mir. Mal sehen, welche Pokémon ich besitze. Was? Pikachu. Hör auf, dieses Zeug zu essen. Mal sehen, wie viel du zugenommen hast. Ich kann nichts sehen. Das ist nicht gut. Ich bring dich schnell in Form, du pummeliges Pokémon. Nimm das Springseil. Eins, zwei. Eins, zwei. Spring schneller. Los. Schneller. Ich hab Durst. Nur Wasser. Ich mag kein Wasser. Frische Milch für mein frisches Pokémon. Hey, Lust auf Milch? Oh, du liebst sie. Sehr gut. Das hättest du nicht tun sollen. Geh zurück in den Pokéball, Wildkatze. Okay, ich hör ja schon auf. Ich kann ein Nickerchen machen. Das kannst du nicht. Tritt in die Pedale, Pikachu. Ich bin kurz davor zu gewinnen. Ich bin kurz davor. Warum ist der Fernseher ausgegangen? Die faule Maus düst schon wieder vor sich hin. Hm. Oh, ich hab ne Idee. Im Handumdrehen kann ich weiterspielen. Lecker. Gut gemacht, Pikachu. Lass uns mit dem Training beginnen, Mautzy. Komm schon, Mautzy. Fang an. Ich hab keine Lust. Der Wettkampf steht vor der Tür. Komm schon. Reiß dich zusammen. Das ist mir egal. Okay. Willst du mich? Milch. Sehr gut, Mautzy. Schärf deine Freien. Fester, du schaffst das. Komm schon. Schärf sie alle. Mal los. Sehr gut. Sehr schön. Du hast dir etwas Milch verdient. Als nächstes musst du etwas finden. Komm schon. Sehr schön, Mautzy. Lass uns deine Reaktion überprüfen. Folg dir den Laser. Lass uns deine Reaktion überprüfen. Alle Katzen sind gleich. Hey. Mein Laser funktioniert nicht. Sehr schön, Mautzy. Du bist soweit. Willst du in den Pokéball gehen? High five. Nicht mehr so viel fressen. Sonst wirst du pummelig, Pikachu. Wir nehmen am Turnier teil. Wir müssen üben. Nimm die Hand hin. Los, Pikachu. Jetzt sind deine Bauchmuskeln dran. Komm schon, Pikachu. Eins, zwei. Eins, zwei. Okay. Jetzt gehen wir zur Langhantel. Du schaffst das. Warum hast du aufgehört? Los. Los. Mach schon. Beweise, dass du ein Pokémon bist. Gut, Pikachu. Super. Okay. Das Training ist vorbei. Das Pokémon-Turnier hat begonnen. Ich werde Mautzy. Zeig ihm, was du drauf hast. Los, Smetpo. Los, Smetpo. Los, Smetpo. Also, willst du kämpfen, Phil? Smetpo? Ist das dein Ernst? Ein Schmetterling gegen eine Kasse? Hilfe. Hilfe. Ich will nicht jung sterben. Ich werde dich retten. Puh. Zu spät. Wo ist es? Jetzt gehört das Pokémon mir. Los, Pokémon. Ich wähle Evoli. Du bist sowas von fertig, Phil. Komm schon, Mautzy. Gib dein Bestes. Verquetsche sie, Mautzy. Was ist das denn? Das ist so ungerecht. Super, Mautzy. Nimm etwas Milch. Hier. Du bist sowas von erledigt, Lockenkopf. Mein Pokémon wird mit deinem den Boden aufwischen. Bla, bla, bla. Lass uns kämpfen. Schweben wie ein Schmetterling. Stechen wie Pikachu. Hey, was ist denn hier los? Los, Mautzy. Was ist das? Bye. Ich hab gewonnen. Pikachu, wach auf, mein gelber Freund. Sieh mal, was ich hier hab. Stecker. Triss, werde gesund. Pika. Pika.